Redensburg 11. Die Amerikanerin Weiß lag minutenlang auf der Piste, Vom schlug die Hände vor das Gesicht. Noch ist unklar, wie es der gestürzten Athletin geht. Lindsay von hat sechs Tage vor dem Start der Winterspiele in Pyeongchang mit ihrem 80. Weltcup-Sieg weiteren Schwung aufgenommen. Die 33-Jährige aus den USA gewann am Samstag die verkürzte Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Batenkirchen vor Sofie Gokkir plus 0,02 Sekunden, aus Italien und der Österreicherin Cornelia Hütter plus 0,13. Die Abfahrt wurde allerdings von einem Sturz von Jagd-Quiline-Walt überschattet. Die für Pyeongyang-qualifizierte Amerikanerin wurde von einer Welle weit nach links getragen, wollte dann zu Rabiat korrigieren und wurde von der Piste abgeworfen. Sie lag minutenlang auf der Piste und musste per Helikopter abtransportiert werden, sie erlitt anscheinend eine Knieverletzung. Lindsay von, die den Sturz verfolgte, nahm geschockt die Hände vor ihr Gesicht. Das Wetter und die Pistenverhältnisse hatten zuvor für einige Veränderungen im Weltcup-Programm gesorgt. Die Trainings am Freitag mussten gestrichen werden, am Samstagmorgen wurde dann eines angesetzt, um überhaupt eine verkürzte Abfahrt durchführen zu können. Diese wurde am Super-G-Start begonnen. Die Olympia-Generalprobe am Sonntag soll um 12.30 Uhr wie geplant stattfinden. Victoria Redensburg kam im vorletzten Rennen vor Olympia, 9. bis 25. Februar, nicht über den 11. Platz hinaus. 1,10 Sekunden trennten sie von Siegerin von, die auch in der vergangenen Saison die Kandahar-Abfahrt gewonnen hatte. Ich habe viel verloren im unteren Teil, sagte Redensburg, aber ich bin eben fast zwei Monate keine Abfahrten gefahren, daher fehlt da momentan ein bisschen das Gefühl. Der Fokus der 28-Jährigen liegt bei Olympia auf dem Riesenslalom, wo sie gleich zum Auftakt der Spiele zu den FavoritInnen zählt. Daher habe sie mit Blick auf die Abfahrten in Gammisch keine großen Erwartungen gehabt. Patricia Dorsch, Schellenbeck-1,43, schloss als 19. ab, Maike Pfiste, Grombach-1,80, belegte Platz 27. Kirreweide, Steinberg, landete mit 2,60 Sekunden Rückstand nur auf dem 34. Rang. Michaela Wenig, Lengries, unterliefen nach einem guten Start einige Fehler, die 25-Jährige kam von der Piste ab und musste abbrechen.